Kommt morgen dann mehr bei uns zum Filmfest in Venedig. Bereits vor Wochen gab es Berichte über eine Ehekrise. Und jetzt ist es bestätigt. Oliver und Amira Pocher sind kein Paar mehr. Mehr jetzt dazu. Und wir haben jetzt alle Hunger hier im Studio. Das war es von uns. Morgen haben wir Königin Silvia von Schweden in der Sendung. Sie ist nämlich auf Deutschland Besuch. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mit dabei sind. 17.15 Uhr geht es los. Ihnen einen schönen Abend. Bis dahin.